In diesem Video geht es um die Bildbeschreibung. Du erfährst, worauf du besonders achten musst und wie du eine gute Bildbeschreibung erstellst. Erstens, sieh dir das Bild genau an. Nimm dir Zeit dazu. Fällt dir etwas Besonderes auf? Zweitens, notiere dir nun zu drei Aspekten deine Stichpunkte. Du betrachtest ein Bild erstmal wegen des Motivs, dann wie das Bild selbst gestaltet ist und dann wie es auf den Betrachter wirkt. Was meine ich genau damit? Mach dir eine Liste mit Stichworten als Grundlage für deine Bildbeschreibung. Beschreibe das Motiv. Hier zum Beispiel der Strand, blauer Himmel, Meer, Leuchtturm, zwei Hütten. Beschreibe dann die Machart des Bildes. Viertens, ist es ein Ölgemälde, es hat einen grünen Rahmen, massiv, es ist ein Holzrahmen. Und wie wirkt es auf den Betrachter? Es strahlt Einsamkeit, Ruhe, Frieden und Stille aus. Viertens, formuliere jetzt deine Stichworte aus. Das kann so aussehen. Motiv. Das Bild zeigt einen Strand, einen Leuchtturm und zwei Hütten. Beschreibe jetzt weiter unbedingt, das ist natürlich noch zu wenig. Der Bilderrahmen ist dunkelgrün, er ist breit, es ist ein Ölbild. Und zum Betrachter, wie es wirkt, das Bild strahlt Ruhe und Wärme aus. All das kannst du natürlich noch ausführen. Deine Bildbeschreibung sollte schon länger werden. Was gehört noch zur Bildbeschreibung? Es ist wie ein Aufsatz. Du brauchst eine Einleitung. Da kannst du den Maler oder die Malerin nennen, das Jahr, den Ort und den Titel. Und du kannst die verschiedenen Bildebenen beschreiben. Siehst du im Vordergrund etwas anderes als in der Mitte oder im Hintergrund. Geh ruhig nach einer bestimmten Reihenfolge vor, zum Beispiel von oben nach unten. Zusammenfassung, Bildbeschreibung. Diese drei Punkte sind wichtig. Was ist es für ein Motiv? Wie ist das Bild gemacht? Und was sieht der Betrachter darin? Dieses Video ist von Lernförderung.de und wenn es dir gefallen hat, gib uns ein Like, schreibe etwas in die Kommentare oder abonniere unseren Kanal und teile das Video bitte. Viel Spaß bei der Bildbeschreibung.